Was macht er denn? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Helfen wir mal bitte, also ist das normal, dass man die Dinger fressen darf? Kann, wie auch immer? So, hallihallo Leute, jetzt habe ich immerhin 400 Punkte, weil vorher brauchst du eigentlich nicht anfangen, weil, ja, ich sag mal, alles da drunter ist ein bisschen langweilig. Und gucken wir mal, wie wir uns hier halten, ich spiele alleine, weil es schon relativ spät ist, es ist schon gegen 11. Und mal gucken, wie es läuft, also wie gesagt, mit dem zu früh teilen ist ja immer so eine Sache, dass man sich, beziehungsweise, dass man sich wegen zu kleinen Gegnern nicht teilen sollte. Und ansonsten, wie gesagt, ich probiere es halt, einfach hier noch ein bisschen was einsacken, mal gucken. Ah, wegen dem könnte ich mich schon teilen, das wäre schon ziemlich geil. Ah, ja, und schon hätte ich die Arschkarte. Ach komm, hier, probieren wir mal, ob das hier läuft. So. Gegner sind eh alle mega groß, von daher ist es in beiden Varianten schwer, ob ich jetzt alleine bin oder nicht. Also, einzeln. Tja, zu spät. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er sich teilt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und schon sieht man, wie sie wieder weggehen. Also, kaum ist man wieder zusammengefügt, sagten, sagen sich alle, oh nein, zu groß. Nein, nee, ich gehe das Risiko nicht ein. Ich gehe das Risiko nicht ein, ganz ehrlich. Das ist es mir nicht wert. Oh, ich wollte schon sagen, es leckt. Der hat mich doch schon mal haben wollen. Und Big Bertha hatte ich auch schon mal am Start. Zack, oh, hat sich ein bisschen zu doof angestellt. Der hätte sich noch teilen können. Ja, ich könnte alle nehmen. Also, von daher bin ich jetzt schon größenmäßig. Also, ich bin bei über 1000. Dann hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten halt, klar. Nee, okay, der wird mir nix. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ich halt eben nur die besten Sequenzen rein tue. Weil ich denke wirklich sonst, wenn man da die ganze Zeit umhergeistert, klar, man kann ein bisschen was erzählen. Aber ich denke wirklich, ist immer das Beste, wenn man so die besten Szenen rausschneidet und dann euch zur Verfügung stellt. Was macht er denn? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Helft mir mal bitte. Also, ist das normal, dass man die Dinger fressen darf? Kann, wie auch immer. Wegen dem hier würde ich mich schon teilen, aber der ist mir noch zu weit weg. Komm, solange er sich nicht verbindet, bin ich gut dabei. Könnte ich hier beide Teile kriegen. Wenn er sich jetzt natürlich verbindet, habe ich ein Problem. Ganz offiziell. Mann, komm. Nein. Ach, Mist. Oh, er hat mich voll verarscht. Okay. Übel. Oh, kakakakakak. Sehr geil. Ja, aber ich meine, er kommt ja jetzt nicht raus. Er hat da ja keinen Bock drauf. Oh. Oh. Du kannst, also, er kann mich nicht im geteilten Zustand essen. Passt nicht. Und so bekommt er mich nicht. Oh, nochmal. Nee. Kann nicht der gleiche sein. So, wenn ich jetzt natürlich irgendeinen kriegen würde. Also, sehr geil. Okay, das war jetzt nicht unbedingt der dümmste Zug von mir heute. Na, jetzt. Ah, Team könnte mich fressen. Und schon sieht man anders aus. Aber Team hätte mich, denke ich, mal kriegen können. Und ich konnte nicht in die andere Richtung halt, klar. Kant weg. Hau ab, hau ab, Kant. Ich weiß, dass du riesig groß bist. Du bist auf Platz 5. Nee, jetzt auf 8. Okay. 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 Auch das war jetzt nicht so verkehrt. Also, wirklich. Ich glaube, wirklich am Splitten kommt man auf keinen Fall vorbei. So, und jetzt muss ich langsam aufpassen, wirklich, was ich mache. Klar. Okay. Den wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Echt nicht. Jetzt müsste ich mich gleich wieder zusammensetzen können. Passt mir gut. Uh, nee. Der passt mir nicht. Oh, das ist, ja, klar. Aber, ich müsste immer noch größer sein als er. Und besonders, wenn ich mich jetzt zusammenfühle, dann nehmen wir den doch noch mit. Und den auch noch. Ich bin Fünfter. Was geht? Fünfter ist schon ziemlich nice. Aber jetzt nicht noch mehr splitten, weil dann bin ich nichts mehr wert. Small ist auch nicht mehr so small. Sechster Platz, siebter Platz. Also, die sind dicht beieinander auf jeden Fall. Fress ich Portugal. Der wäre jetzt das richtige Futter auf jeden Fall. Aber der, klar, der wird sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Aber mal gucken. Ich bleib mal dran. Klar, das Problem ist jetzt natürlich, wenn er jetzt noch irgendwo richtig was Gutes findet, dann kann er mich schnell selber futtern. Na, den, Lizzy, komm. Komm, Lizzy. Ah, Lizzy ist auch zu zweit. Oh, das ist mit Portugal eine enge Kiste. Wenn Portugal sich... Ich probiere es. Oh, okay. Aber so ist es halt. Mal verliert man, mal gewinnt man. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, wie gesagt, die besten Stellen versuche ich einfach mal zusammenzuschneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bis dann. Ciao, ciao.